Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Thorsten trifft und heute sind wir hier im belgischen Hof und ich glaube die Katrin hat den belgischen Hof extra ausgewählt, also extra für uns als Eifel3TV. Das ist Katrin Hess und Katrin ist Schauspielerin, Fotomodel und Synchronsprecherin. Wo siehst du dich denn eher, Katrin? Also am wenigsten sehe ich mich auf jeden Fall beim Fotomodel. Tatsächlich, also im Moment mache ich wahnsinnig viel Synchron und Hörbücher, ist aber glaube ich auch so ein bisschen dieser verrückten Zeit geschuldet, dass auch eine Zeit lang nicht gedreht wurde und so. Aber eigentlich würde ich als erstes immer intuitiv sagen, ich bin Schauspielerin. Du hast jetzt gerade verrückte Zeit, du spielst natürlich auf Corona an. Richtig. Wie war die Zeit jetzt für dich während Corona? Wie ist das gewesen? Also ich fand, das letzte Jahr war so, dass man sich zumindest mal auf was einstellen konnte. Es war klar, es ist irgendwie Lockdown und dann fand ich, war das ein Zustand, mit dem man dann irgendwie ganz gut leben konnte. Man hat dann irgendwie nichts verpasst und es war irgendwie auch angenehmer Sachen, nicht absagen zu müssen, sondern es war auch einfach gar nichts. Und ich habe die Zeit irgendwie für mich auch ganz gut nutzen können, um sowas auch wie Keller ausräumen. Wir sind umgezogen, irgendwie solche Sachen zu machen. Dieses Jahr finde ich es viel, viel schwieriger und empfinde es auch als massive Einschränkung tatsächlich, weil es sich auch so ständig verändert. Und dann darf man wieder Sachen und jetzt sind wir gerade wieder bei so einer Inzidenz, dass man nicht weiß, wohin es geht. Und dann 3G-Regel und dann 2G-Regel. Und ja, das finde ich eher anstrengend, sich da so anzupassen und auch vor allem sich ständig neu zu informieren, weil es sich ja so schnell verändert. Ich blicke auch ehrlich gesagt nicht mehr durch. Also seit gestern ist ja wieder irgendwas mit unter 35, über 35. Ich habe keine Ahnung mehr. Also wir nehmen es, glaube ich, einfach oder versuchen zu nehmen, wie es ist. Wir sind wieder drüber, glaube ich. Genau. Also ich glaube, man muss auch selber total flexibel bleiben, um da mit klar zu kommen und muss sich eben selber die ganzen Informationen holen. Und was ich insgesamt ganz positiv fand an der Zeit war, dass es doch für mich solidarischer war, dass man am Anfang so einen Vibe gespürt hat, dass die Leute zusammenhalten und dass man irgendwie, dass dieser gemeinsame Feind der Virus irgendwie alle verbindet. Das lässt jetzt natürlich so ein bisschen nach. Dann noch die Geschichte mit dem Impfen, das macht es wieder schwieriger. Und es ist ja gerade irgendwie für mich gefühlt in dieser Welt einfach ganz viel los gerade. So viel, wie ich irgendwie das Gefühl lange nicht passiert ist. Mal gucken, wo es hingeht. Was sind so aktuell deine Projekte, wenn du sagst, es ist viel los? Achso, nee, ich meinte weltpolitisch irgendwie. Achso, du bist jetzt in der Politik. Genau, ja, ich meine, dass die Welt so beschäftigt ist mit so vielen Themen. Es ist ja nicht nur irgendwie Corona, sondern jetzt geht es irgendwie um den Wahlkampf. Dann ist Politik, was irgendwie die Schulen betrifft. Jetzt irgendwie gerade aktuell Afghanistan. Also es ist ja, da passiert so viel, dass die Menschen bewegt. Das meinte ich. Jetzt sind wir ja heute im belgischen Hof. Ja. Es ist total cool hier und ich habe mich eben beim Hinfahren gefragt, hat sie das extra ausgewählt im belgischen Hof? Weil ich weiß ja auch, dass du in Aachen geboren wurdest. Du kommst ja aus Aachen ursprünglich. Und Aachen, Belgien. War das jetzt Zufall oder war das gewollt? Es war insofern gewollt, dass ich finde, dass es eine sehr schöne Location ist und dass ich Kontakte hierhin habe und jemanden kenne, der uns hier reingelassen hat. Genau und ich das einfach auch ein schönes Ambiente finde und ich tatsächlich gerne hier bin und auch sehr gerne hier esse. Du bist ja mittlerweile Kölner oder seit einigen Jahren Kölner, muss man dazu sagen. Oh ja, ich bin schon seit 2004, was haben wir jetzt, muss ich rechnen, 17 Jahre? Okay, doch schon ein paar Jährchen länger. Ich bin fast länger hier als in der Heimat. Ja, also du kommst aus Aachen, du bist ja in Aachen geboren, das ist richtig. Genau. Und du bist ja groß geworden, wenn ich das zumindest dem Internet immer richtig entnehmen kann. Es steht ja überall geschrieben, das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, die Katrin, die möchte ich unbedingt vor der Kamera haben. Du kommst aus Hambach. Richtig, kennt jetzt auch jeder. Also seit dem Tagebau, kennt das jetzt auch jeder. Genau, ich bin in Aachen geboren, bin aber in Hambach aufgewachsen. Hambach wird aber auch nicht abgebaggert, weil sich das immer ganz viele fragen. Genau, und kommen also so richtig schön, wohlbehütet vom Dorf und aus dem Wald. Da haben wir tatsächlich eine Gemeinsamkeit, das wirst du gar nicht wissen. Kannst du auch gar nicht wissen, wir lernen uns ja gerade erst kennen. Aber du bist in Hambach groß geworden und da stand ja noch der große Wald. Ja. Und ich bin genau entgegensetzen Elsdorf groß geworden. Aber ich kenne Elsdorf vom Freibad früher. Siehst du, warst du früher auch da? Ja, wir waren immer im Freibad in Elsdorf. Wir haben uns da sogar schon mal gesehen, auf dem 10-Meter-Turm vielleicht. Wobei ich habe mich ja ehrlich gesagt nie getraut, selbst vom 7. Ich bin einmal hochgegangen und direkt wieder runter. Ich war echt schissig. Bist du runtergesprungen? Ja, ja, ich bin immer. Wirklich? Tatsächlich, mit 6 das erste Mal. Ich fand das immer super. Vom 7,5 oder vom 10er? Nee, vom 10er. Mit Kopfsprung oder einfach so? Nee, Kopfsprung mache ich nur vom 5er. Ah, siehst du? Siehst du? Da haben wir schon wieder ein paar Gemeinsamkeiten. Ja. Aber ich dachte nämlich wirklich, weil wir sind ja im Endeffekt erst mit einem großen Wald groß geworden und dann wurde ja immer mehr ja ab. Wir haben das ja alles mitbekommen irgendwo, mehr oder weniger. Ja, und dann war das Loch halt da. Wir konnten, also weil wir so nah am Wald dran wohnten, also das Haus meiner Eltern steht da immer noch, wir konnten vom Garten aus den Bagger sehen und du konntest auch im Sommer keine Wäsche raushängen, weil die einfach nach einer halben Stunde schwarz war tatsächlich vom Feinstaub. Also das war schon heftig, genau. Du hast genau das Baggerloch da gehabt, wir konnten auch von uns aus, weiß nicht, 10 Minuten oder sowas zum Aussichtspunkt gehen. Ich bin da schon sehr nah dran aufgewachsen. Bist du sehr heimatverbunden noch? Also hast du noch viele Kontakte in die Heimat, nach Hambach? Nee, also meine Mutter wohnt da noch und meine beste Freundin, die auch aus Hambach kommt, wohnt aber mittlerweile auch in Köln, netterweise. Also das ist ganz schön. Dann passt das ja. Das passt super. Genau, also dadurch ist die Verbindung quasi nach Köln gekommen. Aber ich habe jetzt da keine Freunde mehr, weil tatsächlich zum Studieren alle entweder dann nach Aachen gegangen sind, zum Medizinstudium oder die anderen sind dann nach Köln gekommen. Wie hast du denn so die Situation wahrgenommen? Ist jetzt ja doch schon wieder, ich glaube drei, vier Jahre her mit Hambach, mit dem Wald. Hast du da irgendeinen Stand zu, weil es ja deine Heimat irgendwie ist? Ja, das ist natürlich auch so ein schwieriges Thema, weil ich es richtig finde, dass wir auf erneuerbare Energien setzen. Gleichzeitig sehe ich natürlich, wie viele Arbeitsplätze gerade vor Ort. Also wenn man daher kommt, weiß man das eben, wie viel da los ist. Und was ich ganz spannend fand, ich war dann da im Wald, also der Teil, weil der an Hambach wirklich dran ist, der ist ja schon längst neu. Also da gibt es ein Stück noch alten Teil, den sie nicht abbagern durften, weil er zu nah am Forschungszentrum war. Und dann gibt es aber den Teil, der schon neu gemacht wurde und dann liefen da halt Menschen rum und meinten so, ja, das ist aber schön. Und das hier soll alles weggemacht werden und ich stand da und dachte mir so, nee, das ist ja schon, das ist schon neu. Also das war dann, glaube ich, auch nicht so bewusst den Menschen, wie das dann genau aussieht. Und ich fand es einfach total abgefahren, als ich zu meinen Eltern gefahren bin und irgendwie nicht mit der Bahn dahin konnte, nicht mit dem Auto dahin konnte, weil die ganze Autobahn voll war von Demonstranten. Und ich finde es auch super, dass Leute demonstrieren gehen und dass sie sich dafür einsetzen. Die Mittel hinterfrage ich dann schon manchmal und wie sehr man sich jetzt damit beschäftigt hat. Und ja, also es ist so, ich habe da so mehrere Herzen in meiner Brust. Allgemein finde ich es richtig und finde, dass wir darauf achten sollten, dass wir eben Wälder und sowas alles behalten. Wie es jetzt alles gekommen ist, das kann man so und so hinterfragen, finde ich. Du bist ja sehr naturverbunden, sagst du, gehst gerne raus. Wie sieht es mit der Eifel aus? Ich meine, Hambach ist ja quasi, naja, ich muss aufpassen. Manche sagen vor Eifel, aber die haben da nicht so Ahnung. Ja, es ist ja ganz, ganz knapp vor Eifel, aber nein. Fährst du gerne noch in die Eifel? Hast du da so Orte, die du, vielleicht unbekannte Orte, die wir noch gar nicht kennen? Nee, tatsächlich bin ich, früher waren wir sehr viel in der Eifel. Ich habe auch eine Freundin in der Eifel wohnen, mit der ich hier in Köln auf der Schauspielschule war. Aber leider ist wirklich, obwohl es so nah ist, ist es der Zeit geschuldet, dass ich sehr, sehr wenig da bin. Also, auch wenn ich sage, ich gehe gern in die Natur, ist es oft wirklich dann bei meinen Eltern, dass ich da spazieren gehe, irgendwie im Wald oder so. Aber ich habe die letzten Jahre auch einfach so viel gedreht und war dann auch, weiß nicht, wir waren mit Kobra, dann waren wir in Budapest. Dann habe ich in Schweden gedreht, dann habe ich in Österreich gearbeitet und war irgendwie so viel unterwegs. Und teilweise auch einfach sechs Wochen am Stück weg, dass ich froh war, wenn ich dann in Köln war und hier irgendwie meine sozialen Kontakte aufrechterhalten konnte. Aber vielleicht findet sich ja bald Zeit dafür, dass du nochmal in die Eifel kommst. Ja, jetzt gerade muss ja aufgearbeitet werden erstmal. Jetzt muss ja erstmal einiges aufgearbeitet werden, das ist schon richtig. Ich glaube, einige hat es wirklich sehr hart getroffen, das ist schon richtig. Aber ich glaube, umso mehr ist wichtiger, dass die Leute jetzt trotzdem zu uns kommen in die Eifel und da auch einfach uns unterstützen, mit dabei sind. Also komm gerne vorbei. Das ist eine Einladung. Das ist eine Einladung. Sehr gerne. Du hast in Köln Schauspiel studiert, sagt man das? Gelernt? Wie nennt man das? Also es gibt es sowohl als Studium als auch als Ausbildung, wenn du es an einer Uni machst. Es ist ein Studium, ich habe es an einer Privatschule gemacht und dann ist es eine Ausbildung. Bisschen kompliziert. Stimmt, aber du hast das ja über Umwege, weil du warst ja erst, wenn ich das richtig verstanden habe. Du bist Logopädin. Nee, aber es war andersrum. Es war doch andersrum. Jetzt klär mich auf. Ich habe Abi gemacht und es war klar, ich gehe Medizin studieren. Ich hatte in Aachen wieder einen Medizinstudienplatz, ich hatte eine Wohnung, also es war alles total sicher. Und dann bin ich aber nach Köln zu einer Schauspielschule gefahren und habe da eine Aufnahmeprüfung gemacht. Also das war ein Workshop, drei Tage, so ein Seminar. Und ich habe gesagt, ja, ich mache das mal, weil ich das immer interessant fand und auch immer in der Schulzeit und auch übers Tanzen und so gespielt habe, Musical gemacht habe. Und dann haben die mich aufgenommen. Und dann kamen meine Eltern aus dem Urlaub wieder und ich war so, ha, Überraschung, ich habe es mir anders überlegt. Ich gehe doch nicht nach Aachen. Ich werde zur Schauspielschule gehen. Und dann habe ich tatsächlich die Schauspielausbildung gemacht, habe danach auch bei Verbotene Liebe damals fest im Hauptcast gedreht. Und hatte dann danach so ein Jahr, wo ich wenig gedreht habe und dachte, okay, ich muss auch irgendwie leben können. Und wie mache ich das jetzt alles finanziell und ich will nicht so sehr in dieser Abhängigkeit stehen von Regisseuren, Castern und so weiter. Und habe dann mich auf das Studium Sprachtherapie beworben, habe diesen Studienplatz auch bekommen und habe in einem Atemzug, also wirklich in derselben Woche, dann aber auch die Zusage für Cobra 11 gekriegt für eine durchgehende Rolle. Und habe gesagt, ich werde jetzt aber beides versuchen, das irgendwie hinzukriegen, dass ich einfach einen Plan B habe, sollte das irgendwann mal mit dem Drehen nicht mehr so funktionieren. Und habe dann parallel zu Cobra-Dreharbeiten Sprachtherapie studiert und habe dann auch im Wohnwagen während der Drehpausen meine Seminararbeiten geschrieben und Hausarbeiten und gelernt. Und genau, habe das dann auch abgeschlossen. Aber ich habe nie da drin danach gearbeitet. Könntest du dir dann mal vorstellen, also wenn jetzt mal wirklich worst case, keine Schauspielerei mehr, in dem Beruf auch dann zu arbeiten? Also ist das was, wo du sagst, da können wir uns schon hin ausweichen? Oder ist das eher so, wie du eben selbst gesagt hast, auf die Schauspielschule gegangen, wahrscheinlich deine Eltern. Wie haben die eigentlich reagiert da drauf? Das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, meine Mutter hat das ganz, mein Vater hat direkt gesagt, findet er große Scheiße. Und meine Mutter hat das ganz geschickt gemacht. Die hat immer gesagt, ja, du musst ja glücklich werden und alles, was du möchtest, das unterstützen wir natürlich auch. Und ich habe Jahre später, habe ich erfahren, dass sie das auch große Scheiße fand, dass sie das aber nicht gesagt hat, weil sie wusste, wenn sie sagt, mach es nicht, dass ich es dann erst recht mache. Und so hat sie gehofft, dass ich von selber aufgebe. Hast du aber nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Sie hat immer gedacht, oh Gott, als Schauspieler, brotlose Kunst und ist jetzt, glaube ich, umso erleichterter, dass es doch ganz gut gelaufen ist. Hat sich aber trotzdem sehr darüber gefreut, dass ich noch was studiert habe. Einfach zur Sicherheit. Aber hat man denn so einen Wunsch, jetzt muss man wirklich überlegen, ich meine, ich kenne es ja sehr, man kommt vom Dorf irgendwo, wohl behütet, hat man denn schon als Kind den Wunsch, hast du den Wunsch schon gehabt, Schauspielerin zu werden? War da schon irgendwas, wo du sagst, so im Nachhinein, ja, das Springen vom Zehn-Meter-Turm mit sechs Jahren war schon... Das war ja mein Proben für Cobra 11, glaube ich. Ja, das ist ja, genau, da wurde schon geprobt. Ich habe mich das auch immer gefragt, weil wie du sagst, wenn man vom Dorf kommt, ist das natürlich gar nicht so eine Möglichkeit, die man, glaube ich, sieht, weil es keine anderen Menschen gibt, die das machen. Ich habe auf jeden Fall immer, muss ich sagen, den Mittelpunkt gesucht. Also, wenn wir Kindergottesdienst hatten auf dem Dorf und der Mensch, der dann nicht der Pfarrer war, sondern der, der dann diesen Gottesdienst geleitet hat und mit dem Mikro rumging und man hat diese Lieder gesungen, hat man mir erzählt, habe ich dieses Mikro genommen, bin nach vorne gegangen vor den Altar und habe vor allen Menschen gesungen oder wollte auch bei Rolf Zukowski mitsingen. Ich war aber, also ich habe meine Mutter dann genötigt, mich da anzumelden. Ich war aber zu jung, ich war erst fünf, durfte also noch nicht. Dann wollte ich bei der Augsburger Puppenkiste, die wurde damals 25 oder 30, dann haben die im Fernsehen aufgerufen zu Kindern, die aus dieser Kiste springen zum Geburtstag. Auch da habe ich meine Mutter genötigt, einen Brief hinzuschreiben an den WDR für mich, dass ich da rausspringen darf. Ich war leider das einzige Kind, das ich da angemeldet hatte, also kam das auch nicht zustande. Also ich habe es aber schon irgendwie gesucht. Das war also schon sehr früh da. Aber diese Idee, dass das ein Beruf sein könnte, das kam erst so mit 14, 15, 16, weil auch in dem Ferienprogramm in der Werkwoche, in der Bleiberger Fabrik in Aachen, wo ich regelmäßig war, war die Jasmin Schwiers, die Schauspielerin, eine großartige Kollegin. Die Jasmin kenne ich aus dieser Ferienzeit noch, also die habe ich mit sechs kennengelernt und die hat damals bei Ritas Welt mitgespielt. Die war da 17, ich bin ein Jahr jünger als Jasmin und da, oder zwei, und da dachte ich, ah okay, das ist also ein Beruf, man kann das so machen. Und dann kam eben auch die Idee so, okay, Schauspielschule, habe ich mich informiert in diesem dicken, es gab ja diesen Studienführer damals, den Grünen, und dann habe ich dann nachgelesen, okay, wie wird man denn Schauspielerin? Ah, okay, man kann das studieren. So, und habe mich dann so angenähert, diesem Beruf Schauspielerei. Und als Kind, können wir nochmal, das ist ganz, ganz spannend, wie du so erzählst, finde ich total cool. Jetzt hast du Sprachen studiert, du bist jetzt Schauspielerin, war es denn, was war denn als Kind dein Wunsch beruflich zu machen? Ich wollte Tierärztin werden. Ah, okay. Ich habe auch mal eine Maus mit der Nagelschnere aufgeschnitten, weil ich dachte, da können wir ja mal reingucken. Also sie war tot, sie war tot. Oh Gott, sie war tot an alle. Sie war vorher tot. An alle Tierschützer, sie war tot. Genau, also ich wollte Tierärztin werden, dann wollte ich später aber dann richtige, also Humanmedizinerin werden. Und habe aber immer, ich habe immer irgendwie gespielt als Kind. Ich habe auch Bibi Blocksberg gehört und fand es ganz toll, so Geschichten zu erzählen und vorzulesen und wusste, ich würde so gerne mal Hörspiel machen. Dass auch Sprechen nochmal ein eigener Beruf ist, das habe ich noch nicht mal vor der Schauspielschule verstanden, sondern das kam auch erst währenddessen, dass mich ein Dozent mitgenommen hat nach Cast zu einem Synchronjob und meinte, hier, dann kannst du mal gucken, was man mit der Stimme alles machen kann. Dann meint die, ach, jetzt bist du gerade da, machen wir mal ein Casting und dann hat das funktioniert. Und ich habe irgendwie meine erste Rolle in einer Serie gesprochen. Eine Hauptrolle war das damals sogar. Und so bin ich überhaupt erst ans Sprechen gekommen und Hörspiele und Hörbücher, also ich habe da wahnsinnig viel Glück auch gehabt und Förderer, die mich dann so dahin begleitet haben zu dem, was ich als Kind irgendwie toll fand. Aber meine Eltern natürlich auch nicht wussten, wie wird man denn Schauspielerin und wie ernst ist das zu nehmen. Und du darfst jetzt im Endeffekt auch in deinen Rollen immer noch Kind sein, oder? Also gerade bei Alarm für Cobra 11, mit Stunts, mit allem Drogen dran, kann man das so ein bisschen vergleichen? Total, total. Also gerade so diese Action-Sachen und so, das ist natürlich ein riesiger Spielplatz. Ich habe auch mal gesagt, ich kann Albert Schweitzer gar nicht so viel Geld zahlen, um diese ganzen Sachen zu erleben, die ich da irgendwie machen durfte. Mit Heli fliegen, mit Stunts, mit Springen und ich habe ja auch immer alles selber gemacht. Also außer Autostunts, weil das wirklich einfach zu gefährlich ist. Und sowas habe ich halt als Kind auch gemacht. Also ich habe hier einen Nabel, ich bin hier genäht worden, ich habe irgendwie hier das Handgelenk gebrochen gehabt, weil ich auch immer gern so Action-Sachen gemacht habe. Action-Sachen auf dem Dorf. Ja, so muss man es ja sagen. So muss man es sagen, ja. So waren wir drauf für Dorfkinder. Man darf ja, heute sagt man glaube ich Dorfkinder, das ist ja, man darf ja stolz darauf, wenn man auf dem Dorf groß geworden ist. Bin ich auch. Also ich finde, das ist was anderes als hier in der Stadt. Also ich bin halt nicht mit der U-Bahn zur Schule gefahren, ich bin in zwei Häuser weitergegangen, gleich in die Straße. Ich kenne es, ich kenne es. Genau, man ist halt wohlbehütet aufgewachsen. Ich kenne das auch so, dass irgendwie nachmittags um zwei gesagt wird, jetzt geht mal vor die Tür, wird wohl irgendwer auf der Straße zum Spielen sein und abends um sieben war man einfach wieder da. Und es war klar, du bist einfach den ganzen Tag unterwegs und nur draußen. Das hat sich ein bisschen verändert. Das ist glaube ich auch auf dem Dorf heute alles ein bisschen anders. Ja? Ja, ich glaube schon, was man so hört. Aber es kann auch nur vom Hören sagen. Okay. Aber es gab natürlich auch immer die Leute, die dann, also die Jugend, die an der Bushaltestelle saß. Sind das etwa die, die auch auf den Autoscooter gehen und da stehen? Auf der Dorfkirmes? Wir hatten keine Autoscooter. Hattet ihr Dorfkirmes? Ja, also meine Großeltern haben das Kirmes genannt, aber da war ja keine Bude oder sowas. Wir hatten das Schützenfest und wenn du Glück hattest, war dann da einmal im Jahr ein Autoscooter. Aber das war ja keine Kirmes. Also zumindest hier nicht zu vergleichen mit der Deutzer Kirmes. Ja gut, das ist ein bisschen was anderes. Ja gut, wir haben in Düren ja auch die große andere Kirmes. Die wirst du ja auch kennen. Natürlich, da waren wir freitags zum Feuergang. Ah, siehst du. Siehst du, das waren noch Zeiten. Oder warst du das letzte Mal auf der Anna Kirmes? Kannst du überhaupt noch so ganz normal auf so Feste, auf Kirmes gehen, ohne dass du Angst haben musst, da erkannt zu werden oder so? Also in Köln auf jeden Fall. Ja, ja, in Köln schon. Auf der Anna Kirmes war ich tatsächlich das letzte Mal mit 15, glaube ich. Ja, da wird es einmal wieder Zeit. Also das würde wirklich Zeit werden. Da war ich ewig nicht. Ich weiß nicht, wie es da wäre. Aber ich werde auch tatsächlich relativ wenig angesprochen. So oft ist das nur so. Hast du die gesehen? Guck mal da vorne. Ist dies überhaupt? Ich glaube, das ist sie nicht. Und die denken dann auch immer, dass man das nicht mitkriegt. Und dann bist du schon weg. Und dann bist du schon weg. Ja, dann ist man auch meistens schon weitergegangen. Das wäre uns mal eine coole Idee. Wir begleiten, wir gehen mal zusammen auf die Anna Kirmes in Düren nächstes Jahr, wenn die wieder ist. Und dann machen wir so die wildesten Sachen, weil ich muss gestehen, ich bin echt so ein Schisser. Ich würde gerade sagen, wenn du nicht vom 57er springst, aber Autoscooter draußen? Doch, Autoscooter haben wir tatsächlich. Wir haben auf der Anna Kirmes, wer sich noch erinnern kann, wir haben gedreht, weil da habe ich Heintje getroffen. Und dann haben wir, also nicht mit Heintje, das war jetzt nicht mit Heintje auf dem Autoscooter, wäre auch cool gewesen, war ich aber nicht. Und dann haben wir da auf dem Autoscooter so ein paar coole Szenen, also wo ich so sitze und dann so mache, weil ich als Kind... Also du tust aber nur so etwas ab, weil du dich nicht traust, oder wie? Ja, nee, ich war als Kind so, Autoscooter war nicht so, ich war eher so, Raupe auch nicht. Ich war eher so am Entenangeln. Ach so, die ganz wilden Sachen. Ja, also im Endeffekt die ganz wilden Sachen im Nachhinein. Da muss man sagen, schneiden wir das eigentlich raus? Nein, das bleibt alles drin, oh Gott. Das ist jetzt auch nicht so schnell, oder? Deswegen wäre das eigentlich mal ganz cool, wenn wir vielleicht... Du hast ja da doch mehr Erfahrung, dann drehen wir, Thorsten trifft Katrin auf der Anerkirmes und dann machen wir so die wildesten Sachen auf der Anerkirmes. Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber du müsstest halt schon was machen, sonst ist es... Ja, ja, nee, das ist ja... Also ich setze mir dann so einen Sturzhelm auf. Es gibt ja auch die Airbag-Dinger sonst, ne? Irgendwie sowas. Und dann machen wir Riesenradfahren zum Beispiel. Das wäre ja auch eine Herausforderung. Für dich? Ja. Für dich jetzt weniger. Was war denn eigentlich der coolste Stunt, den du gemacht hast bis jetzt? Also der allercoolste, wo du sagst, okay, hast du vielleicht auch Schiss vorgehabt oder gar keinen Schiss vorgehabt? Nee, ich hatte tatsächlich nie wirklich Angst, weil du ja auch immer gesichert bist und weil ich die Stuntleute so gut kannte dann auch und da so ein Vertrauen herrschte. Was war denn mein coolster Stunt? Also was ich total abgefahren fand, war unter Wasser. So, das war nicht schon krass, auch ohne irgendwie Beatmungsgerät oder sowas. Aber das war eher so, ich dachte, oh Gott, wie wird das? Aber nicht mit Adrenalin verbunden. Ich glaube tatsächlich ein gefakter freier Fall. Also da hatten wir, da war ich in einer Schlinge sozusagen drin und über ein Seil und ein Kram funktioniert das Ganze über ein Auto. Also wenn das Auto vorfuhr, wurde ich hochgezogen und wenn das Auto zurückfuhr, Gott, meine Koordination von Hand und wenn das Auto zurückfuhr, dann kam ich runter. Und das, so, so wäre das Richtige, die richtige Bewegung. Ach, krass. Okay. Und das war schon aufregend, ich dachte, brennst du im richtigen Moment? Weil sonst komme ich hier unten auf der Matte auf. Das war, das war ziemlich abgefahren. Das fand ich ganz cool. Und währenddessen muss man dann aber noch seinen Text beherrschen? Ja, ich habe nur geschrien, weil ich ja falle. Ich musste nicht sagen, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich habe einfach geschrien. Weil das stelle ich mir dann wirklich schwierig vor. Ja, weil ich sollte von der, was war das? Die Deusser Brücke wurde ich runtergeworfen. Ach, krass. Und fiel dann ins Wasser rein, genau. Okay, das können wir wahrscheinlich auf der Anderkörpers nicht nachstellen, aber... Du kannst das gerne machen. Ja? Ja. Also du sitzt dann im Auto und ich werde hinten... Ich bin in der Raupe. Okay, okay, gut. Ja, das... Wir bleiben dran. Ich frage dann nochmal... Also wir haben jetzt nächstes Jahr Zeit. Wir haben ja noch Zeit, ich kann mich auch noch vorbereiten, genau. Dann gehe ich nochmal auf den 7,50 Meter... In Elsdorf. Oh Gott. Nein. Ich kriege jetzt wieder Panik, wenn ich das höre. Aber gut. Machen wir weiter. Wenn du dir jetzt eine Rolle wünschen dürftest, so in Zukunft, wo sagst du, was würdest du gerne mal spielen? So dein größter Wunsch. Ja, da gibt es verschiedene Sachen, weil ich... Also... Als ich als Genre total gerne mal machen würde, wäre was Historisches. Vor zehn Jahren habe ich immer gesagt, ich würde mal gerne so einen Prinzessinnen-Film machen. Für die Prinzessin bin ich jetzt leider zu alt. Das wäre dann irgendwann eher die Stiefmutter, die Böse. Aber mir geht es dann... Also die Rolle der Prinzessin finde ich jetzt gar nicht so interessant, sondern eher so die Zeit, um sich da reinzufühlen. Wie sind zum Beispiel Frauenrollen in den 20er-Jahren gewesen? Wie war die Frauenrolle in den 70er-Jahren? So was das... Also quasi der Inhalt der Figur würde mich daran interessieren und deswegen in einer anderen Zeit zu spielen. Okay, also 20er, 30er Jahre? Ja, auch 70er finde ich ja trotzdem auch spannend. So Emanzipation, was heißt das? Genau. So. Also was hat die Figur beschäftigt? Wie hat man sich da... Genau, emanzipiert oder eben auch nicht. Also es geht dann eher so um das, um den Inhalt des Ganzen? Genau, um den Inhalt der Figur, also die Konflikte, die die Figur zu der Zeit hatte, weil eben eine Frau vor 30 Jahren andere Probleme hat als ich jetzt heute als Frau. Wenn du jetzt so eine Rolle bekommst, das wäre jetzt wahrscheinlich so ein Drehbuch. Wie lange bereitest du dich auf so eine Rolle vor? Ich weiß, es wird wahrscheinlich bei Alarm für Cobra 11 kürzer sein oder vertue ich mich? Ist das genauso lang wie bei einem Film, der gedreht wird? Das ist super unterschiedlich. Also ich habe, ich habe ja auch parallel mal bei Herzensbrecher fest mitgespielt im ZDF und da habe ich donnerstags die Zusage bekommen, um dienstags, also fünf Tage später, in eine durchgehende Rolle einzusteigen. Also das war dann wirklich super knapp und ich wünschte, ich hätte jedes Mal mehr Zeit, weil oft Episoden, Hauptrollen sehr kurzfristig besetzt werden. Manchmal hat man den Vorlauf, dann mache ich Coaching ganz klar auch. Das mache ich auch, das mache ich oft in Berlin oder mittlerweile kann man es auch per Zoom machen. Also genau, ich lese dann erstmal das Buch, ich lese das auch mehrmals in verschiedenen Stimmungen, um zu gucken, was weiß ich schon über meine Figur, was wird gesagt. Und dann gehe ich in die einzelne Szenenarbeit tatsächlich und bereite inzwischen sehr intensiv vor. Bei Cobra weniger dadurch, dass ich die Figur mehr kenne, die mich einfach so lange begleitet hat. Aber es hat sich für mich die Zeit noch ein bisschen verändert, dass die Arbeit des Schauspielers noch mehr in der Vorbereitung liegt und dass am Set sozusagen nur noch die Kür ist, weil da so wenig Zeit mittlerweile ist, dass wenn ich denke, ich probiere das am Set aus und gucke mal, wie sich das so anfühlt, dann bin ich verloren. Dann ist da einfach nicht die Zeit, um da noch an der Figur rumzudoktern oder sowas. Es ist trotzdem immer ein Prozess und ich habe das nie abgeschlossen. Ich weiß nie, wie ist die Figur. Ich kann immer nur mit einer Idee davon dahin kommen und muss prozessoffen bleiben, auch mit den Kollegen, mit denen ich vorher einfach noch nicht gespielt habe. Aber ja, ich bereite schon sehr intensiv vor. Also gerne wochenlang. Manchmal sind es aber dann trotzdem nur zwei Wochen, in denen ich versuche, okay, das Buch zu lesen, mir direkten Termin mit dem Coach zu machen, den auch so früh wie möglich dann zu treffen und das, was ich da erarbeitet habe, dann wieder in die Szenen mit reinzunehmen, wenn ich Text lerne und Sachen zu Hause ausprobiere. Du hast eben bei Jasmin Schwiers gesprochen, gute Freundin von dir, wo du auch ein bisschen zu aufgeschaut hast. Damals hast du zumindest gesagt, hat man Vorbilder in der Schauspielerei, wo du sagst, das ist wahrscheinlich auch besonders wichtig. Was sind so deine Vorbilder, haben die sich verändert oder hast du so jemanden, wo du immer sagst, das war immer ein großes Vorbild, so möchte ich mal sein, dem möchte ich nacheifern? Es hat sich total verändert, weil ich natürlich, früher kannte ich dann irgendwie Jasmin und dachte, ach so, was möchte ich auch machen, konnte aber natürlich auch nicht sagen, was ist denn eine gute Schauspielerin, eine schlechte, was ist eine gute Darstellung. Ja, also wenn ich ganz großartig finde, sind Lisa Wagner und Jördis Triebel, finde ich Wahnsinn, was die da machen. Dadurch, dass sich ja auch viel in dieser Branche verändert und dass es jetzt neue Sachen gibt, Babylon Berlin ist jetzt irgendwie seit zwei, drei Jahren da, die Liv mit der habe ich auch mal gedreht. Ich finde, was die da auch macht, ist großartig. Das sind so Menschen, denen schaue ich zu und bewundere das total und denke, wow, wow, ihr habt es echt richtig gut erarbeitet und informiere mich dann auch, mit wem haben sie es erarbeitet. Also haben sie zum Beispiel einen Coach, gucke mir Interviews von Leuten an, wie die sich vorbereiten. Schaue es mir aber auch bei Männern an, dass ich da genauso hingucke, weil ich dann auch eben sehe, früher war es glaube ich viel so, dass man, oder dass ich, ich muss glaube ich von mir reden, ich dachte, die Leute sind einfach talentiert, die können das und ich schaue zu denen auf und bewundere das einfach. Und jetzt sehe ich mittlerweile, nee, die müssen halt auch alle richtig dafür arbeiten. Also es passiert keinem und das sieht man in Hollywood, glaube ich, umso mehr, dass man irgendwie gerade Leonardo DiCaprio, wenn man sieht, wie der sich vorbereitet, was der an Arbeit da reinsteckt. Die haben natürlich auch monatelang Zeit, die machen irgendwie nur zwei Filme im Jahr. Oder Daniel Day-Lews sagt, ich mache nur einen Film, weil ich brauche die Zeit, um mich vorzubereiten. Dann sieht man eben, dass es eine fucking Arbeit ist und dass es ein Handwerk ist und dass da nichts dem Zufall überlassen wird, sondern dass das genauestens geplant ist und dass die wissen, wann sie ihre Hand heben und wann sie das Glas abstellen. Und das hat sich verändert, dass ich eben auch mehr in diesen Prozess von Arbeiten gehe und weniger in den Prozess von, man kann das einfach oder man kann es nicht. Also Vorbereitung spielt die wichtigste Rolle. Absolut, für mich total, ja. Du hast, glaube ich, 2015 angefangen, ich muss einfach noch fragen, ich bin immer gespannt, dich vegan zu ernähren. War es 2015? Hast du es durchgehalten bis heute? Ja, tatsächlich. Wenn du sagst 2015, dann wird das so stimmen, wenn das so im Internet steht. Ich wüsste jetzt die Zahl tatsächlich nicht. Ich meine, es ist 2015 gewesen, aber es sind ja dann schon sechs Jahre. Weil einige halten es ja immer nur so eine gewisse Zeit lang durch und ziehen es durch. Aber du hast es komplett... Genau, ich habe es komplett durchgehalten. Ich hatte es aber ja auch nicht geplant. Vielleicht war das so... Also ich habe wirklich vorher alles gegessen, Fleisch und auch nicht wenig. Und meine Großeltern haben einen Bauernhof gehabt und da habe ich die Tiere gesehen und dachte, ich weiß, den Tieren geht es gut. Und so konnte das irgendwie... So für mich funktionierte das. Und habe mich nie damit beschäftigt, wie das mit der Massentierhaltung war, muss ich weiter sagen. Und habe dann als Neujahrsvorsatz gesagt, ich esse jetzt mal vier Wochen lang kein Fleisch und ach komm, dann mache ich auch direkt mal kein Käse und mal auf alles verzichten, um das wieder zu schätzen zu lernen. Und habe dann gemerkt, okay, mir fehlt das irgendwie nicht. Es gibt super Alternativen, ohne dass ich jetzt dieses Ersatzprodukte gekauft habe, sondern ich habe einfach mir neue Sachen überlegt, also auch gar nicht versucht, irgendwas zu ersetzen. Und dann fiel mir das so leicht, dass ich dachte, okay, jetzt wieder damit anzufangen wäre irgendwie... Muss ja auch nicht sein. Und habe dann auch angefangen, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen und mich über PETA vor allem, über die Tierschutzorganisation, informiert über Massentierhaltung und Kükenschreddern und auch Wollproduktion und Leder und sowas alles. Und genau, bin dann dadurch dabei geblieben. Das heißt, ich höre jetzt auch raus, du bist ein bisschen da auch Botschafterin für. Also wirbst du dafür, dass einfach nur, dass du sagst, ich ergärme mich vegan, weil ich es gut finde? Ja, ich habe glaube ich auch so die Phasen durch, die alle Veganer durchhaben von missionieren wollen, weil man gerade das Gefühl hat, Gott, jetzt habe ich es verstanden und ich würde mir wünschen, ihr seht es auch alle so wie ich, hinzu. Ich mache es einfach so für mich, wie ich das denke. Und ich habe auch 30 Jahre, also deswegen wird es wahrscheinlich wirklich 2015 gewesen sein, 30 Jahre mich nicht vegan ernährt und die Leute werden auch alle ihre Zeit haben. Die einen machen es, die anderen machen es eben nicht. Ich kann niemanden ändern und möchte das auch nicht mehr. Ich möchte einfach mit gutem Beispiel vorangehen, weil ich finde, dass gerade heute es ja super leicht ist, sich vegan zu ernähren im Vergleich zu vor 20 Jahren oder so. Also ich glaube, da hast du dich wirklich von Bohnen, Möhre und Tofu vielleicht noch ernähren können. Jetzt kannst du ja im Supermarkt alles bekommen, sogar in Hambach auf dem Dorf kriegst du so Sachen im Supermarkt. Das war, als ich angefangen habe, auch noch nicht so tatsächlich. Aber Hafermilch kannst du überall kaufen. Deswegen kann ich nur dazu appellieren, es auszuprobieren. Und es gibt ja auch so vegan Wochen oder sowas, wo man sich jetzt irgendwie, wo man Rezepte zugeschickt werden oder sowas. Also ich kann genau allen empfehlen, es auszuprobieren, weil ich wirklich für mich körperlich einen positiven Unterschied bemerkt habe. Ich kann aber auch verstehen, wenn man es nicht macht, weil ich es 30 Jahre eben nicht gemacht habe. Dann drücke ich die Daumen, dass du weiter durchhältst, weitermachst. Das können wir doch auch auf der Anna-Kirmes. Gibt es ja nicht vegane Currywurst oder sowas? Ach, eine vegane Currywurst. Auf der Anna-Kirmes gibt es vegane Currywurst. Weiß ich nicht. Aber reibe Kuchen, vegan. Die organisieren wir. Wir organisieren einen Grill und dann machen wir vegane Currywurst am Autoscooter. Siehst du, das wäre doch was. So machen wir das. Ja, Katrin, cooles Gespräch. Ja, wir sind immer noch da. Genau. Das ist Katrin Hess und wir haben ganz viel gesprochen über Dorfkindheit, über vegane Ernährung. Ich muss mir da auch mal Gedanken drüber machen. Ich bin ja noch nicht so angekommen, aber mache ich mir nach heute auf jeden Fall. Wir waren auf jeden Fall hier heute, weil Thorsten trifft und es war cool. Katrin, am Schluss darf jeder Gast immer noch irgendwas sagen. Und wenn du magst, darfst du jetzt gerne noch irgendwas erzählen in die Kamera. Also wo du Lust zu hast. Du dürftest jemanden grüßen. Also zum Beispiel nach Hambach. Du könntest, weiß ich nicht, irgendwas noch erzählen. Dein Herzenswunsch. Etwas ganz Tolles. Ich wünsche mir Weltfrieden. Das ist auch nicht schlecht. Tatsächlich. Das würde ich mir sehr wünschen. Das klingt jetzt so abgedroschen, aber das würde ich mir wirklich gerade in dieser Zeit im Moment, wünsche ich mir, dass ein bisschen Ruhe einkehrt. Dann wünschen wir uns das alle.